Bölen Am 30. April 2016 endete unter der Schirmherrschaft der Stadt Bölen der Kindersprint mit dem großen Endspurt bei AMB Automobile in Bölen. Über 700 Besucher fanden den Weg zum Endspurt der Kinderbewegungsinitiative. Für die besten Kinder jeder Klassenstufe geht der Wettbewerb noch weiter. Sie haben sich für das große Schuljahresfinale am Ende des Schuljahres am 2.7.2016 im Einkaufscenter Nova Eventis qualifiziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017